Unser Kaiser Augustus wollte damals wissen, wie viele Menschen in seinem Reich lebten. Also mussten wir alle in die Stadt gehen, in der wir geboren wurden und uns in Listen eintragen. Auch Josef musste zu seinem Geburtsort. Maria, seine Frau, begleitete ihn. Sie war schwanger. In Bethlehem war kein Platz für sie. Sie mussten in einem Stall schlafen. Dort bekam Maria ihr Kind. Es war ein Junge. Sie nannten ihn Jesus, wickelten ihn und legten ihn in die Futterkrippe der Tiere. Wir Hirten saßen bei unseren Schafen. Ich durfte zum ersten Mal mit bei den Herden sein. Plötzlich wurde es hell und ein Engel erschien. Wir hatten richtig Angst. Aber der Engel sagte zu uns, habt keine Angst, ich bringe euch große Freude. Euch ist ein Kind geboren. Er ist euer Heiland. Geht nach Bethlehem, dort werdet ihr ihn finden. Er liegt in einer Futterkrippe, in Windeln gewickelt. Und wir hatten keine Angst mehr. Und am Himmel erschienen viele Engel, die sangen wundervoll und lobten Gott. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Frieden auf Erden bei den Menschen, die er liebt. Als die Engel wieder verschwunden waren, machten wir uns auf und gingen nach Bethlehem. Dort fanden wir alles so vor, wie die Engel es uns erzählt hatten. Wir sahen Maria und Josef im Stall. Bei ihnen lag in der Krippe das Baby. Es war wunderschön und so friedlich. Wir waren glücklich und ganz aufgeregt und erzählten jedem, der uns begegnete, was die Engel uns erzählt hatten und was wir gesehen hatten. Seit diesem Tag erzählen wir von dem Kind und loben Gott dafür, was er uns mit diesem Kind geschenkt hat. Seit diesem Tag erzählen wir von der Krippe der Krippe der Krippe.